Ich habe einen Plan ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft der Talmoor schmuggeln können. Kommt der nicht mit? Das wäre keine gute Idee. Ich würde wahrscheinlich die falsche Art von Aufmerksamkeit erwecken, aber euch kennen sie noch gar nicht. Wie lautet euer Plan? Wie soll ich mich in die Botschaft der Talmoor einschleichen? Die Botschafterin der Talmoor, Elenven, veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmoor einschmeicheln. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Sobald ihr in der Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elenvens geheime Akten. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der richtige, aber er kann euch helfen. Er heißt Marlborn, ein Waldelf. Hat jede Menge Gründe, die Talmoor zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Ich werde ihm ausrichten lassen, dass er euch im zwinkern den Skewa treffen soll. Kennt ihr den? Währenddessen versuche ich euch eine Einladung zu Elenvens kleiner Feier zu beschaffen. Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Marlborn arrangiert habt. Noch Fragen? Publizierende, Tracks und Fels, nice. Wer ist dieser Kontakt? Seid ihr auch sicher, dass er vertrauenswürdig ist? Macht euch keine Sorgen wegen Marlborn. Er ist nicht so gefährlich wie ihr. Aber er hasst die Talmoor mindestens so sehr. Tja, erinnert weit. Er ist ein Waldelf. Bei einer dieser Säuberungsaktionen in Wallenwald, von denen wir niemals etwas hören, haben die Talmoor seine gesamte Familie ausgelöscht. Zum Glück wissen sie nicht, wer er wirklich ist. Sonst würde er bei den Feiern der Botschaft keine Getränke servieren. Wie komme ich auf diese Feier? Darum kümmere ich mich. Ihr erhaltet eine echte Einladung, keine Sorge. Solange ihr die Rolle eines Speichelleckers der Talmoor spielen könnt, werdet ihr an den Wachen vorbeikommen. Was mache ich, wenn ich es in die Botschaft geschafft habe? Dann geht der Spaß erst richtig los. Ihr müsst euch von der Feier davonschleichen, ohne Verdacht zu erregen. Dann müsst ihr Elend-Bands-Büro finden und ihre Akten durchsuchen. Marlborn kann euch sicher sagen, wo ihr suchen müsst. Ich werde euch in Einsamkeiten sehen, nachdem ich Marlborn getroffen habe. Das klingt gut. Seid vorsichtig.